Bildung im beruflichen und privaten Umfeld bringt uns weiter und eröffnet oft neue Möglichkeiten. Auch Maria, die bereits eine abgeschlossene Berufsausbildung hat, ist sich darüber im Klaren. Sie möchte sich beruflich weiterbilden. Maria hat einen sehr jungen Sohn, deshalb fällt es ihr schwer, passende Weiterbildungsmöglichkeiten zu finden, die nicht mit ihrer familiären Verpflichtung kollidieren. Auf der Plattform familie- und beruf.online wird Maria aber fündig. Hier findet sie Informationen zu Weiterbildungskursen, die sie besuchen kann, während ESON in einer Tagesbetreuung ist. Sie erfährt auch von einem weiterführenden Studium und wie das zeitlich und finanziell realisieren könnte. An der Plattform findet Maria besonders gut, dass sie dort so viele Angebote gefunden hat, die zu ihrer persönlichen, beruflichen und familiären Situation passen.